Wie ich Ihnen versprochen habe, möchte ich Ihnen ein Praxisbeispiel zeigen aus der Fleischbranche. Wir haben hier die ganze strategische Früherkennung aufgebaut. Das heisst, Sie sehen hier die Zukunftsräume mit der wahrscheinlichen, machbaren und wünschbaren Zukunft. Die überraschende Zukunft haben wir hier mal weggelassen. Dann haben wir die einzelnen Trends, das heutzutage Trendmanagement mit Consumer Trends, Food Trends, Fleisch Trends, soziokulturelle Trends und Retail Trends. Dazu haben wir noch das Ideenmanagement, da werde ich ein bisschen später darauf eingehen, und die Megatrends. Das heisst, die Megatrends unterstützen uns in der Entwicklung der einzelnen Zukunftsräume. Das Trendmanagement werde ich Ihnen gerne in einem weiteren Video aufzeigen, wie wir das gestaltet haben. Gehen wir nun zu den Zukunftsräumen. Die Zukunftsräume haben wir folgend dargestellt. Das heisst, wir haben jetzt im Stripe Center die wahrscheinliche Zukunft abgebildet. Dann haben wir hier die machbare Zukunft und da jetzt die wünschbare Zukunft festgelegt. Die haben wir unterteilt. Das heisst, die wahrscheinliche Zukunft haben wir in positive Auswirkungen oder negative Auswirkungen auf unser Unternehmen. Und hier die einzelnen Projektionen hinzugefügt. In der wahrscheinlichen Zukunft mit den positiven Auswirkungen sehen Sie die einzelnen Projektionen. Die einzelnen Projektionen sind aus dem Trendmanagement, aus den Ideen von unseren Kunden, aber natürlich auch aus der Meinung von Mitarbeitern und Forschungsberichten sind das einzelne Projektionen, die ich hier erfassen kann. Hier haben wir zum Beispiel bei den positiven Auswirkungen die gesetzliche Schlachtänderung, die sich verändern wird zum Beispiel. Ich habe hier auch eine Bewertung. Ich kann sämtliche Dokumente hier festlegen oder auch Webseiten verlinken, wo ich die einzelnen Daten dann wirklich auch abholen kann. Dann hier zum Beispiel Fleischersatzprodukte erleben einen Boom. Hier kann ich pro Element dann eine Einschätzung machen und kann sagen, die Eintretenswahrscheinlichkeit ist hoch. Einfluss auf unseren Geschäftsbereich ist auch hoch und kann so die einzelnen Elemente klar bewerten. Dann weitere positive Auswirkungen auf unseren Fleischbereich ist, das Gesundheitswesen unterstützt den Fleischkonsum als ausgewogene Ernährung. Dann negativen Auswirkungen für den Fleischbereich ist zum Beispiel, dass Nutztiere erhalten Recht auf Leben. Auch hier wieder die Einschätzung, ganz konkret Eintretenswahrscheinlichkeit haben wir jetzt eher wie gering eingestellt. Dann Einfluss auf den Geschäftsbereich wäre natürlich sehr hoch negativ für uns, ganz klar. Und auch hier haben wir die einzelnen Dokumente, wenn uns das die Leute nicht glauben, dass es eintreffen könnte, hier ganz klar abgelegt. Ja, dann Fleischesser wird zum Aussenseiter, also der, der Fleisch isst, ist nicht mehr in. Dann hochgezüchtetes Fleisch wird zum Krankheitserreger, Vorschrift, tiergerechte Nahrung, Fleischkonsum nimmt weiter ab von 17% im letzten Jahr auf minus 25%. Veganer erheben sich gerade gegen die Fleischesser, Veganer nehmen stark zu und POS vom Fleischverkauf wandert zum Kunden. Sie sehen, mit Stridesigner ist es einfach möglich, die wahrscheinliche Zukunft darzustellen. Wie Sie diese Unterteilung machen, das können Sie selbst entscheiden, je nach Branche, wo Sie arbeiten, was wirklich dann auch Sinn macht. Etwas, was aber noch wichtig ist, ist, dass diese Projektionen, die aus den Trends, Ideen und eben auch von den einzelnen Unternehmen kommen, dass das ja nur Projektionen sind. Das heisst, es geht nicht darum, dass Sie hundertprozentig eintreffen müssen, sondern es geht darum, dass Sie eine Wahrscheinlichkeit festlegen können, mit der Sie gut arbeiten können. Je mehr Wahrscheinlichkeiten Sie haben mit einer Diversifikation, umso bessere Möglichkeiten haben Sie daran auch, neue Innovationen zu entdecken und neue Geschäftsfelder oder strategische Geschäftszweige aufzubauen. Ja, und genau das gibt jetzt die nächste Möglichkeit. Da gehen wir jetzt zum nächsten Zukunftsraum. Das heisst, wir können jetzt die einzelnen Elemente, die wir bewertet haben, die können wir, wenn ihr möchtet, Drag & Drop verschieben oder wir haben jetzt hier die machbare Zukunft, wo wir mal sagen, okay, was hat eine hohe Chance oder ein hohes Risiko? Was hat eine hohe Chance und tiefes Risiko? Was hat Ressourcen und Kompetenzen, die wir schon haben? Was könnten wir da tun? Und da geht es jetzt um die einzelnen Elemente. Das heisst, hohe Chance, hohes Risiko in der machbaren Zukunft, das wäre jetzt ganz konkret, stärke Entwicklung von Fleischersatznahrung. Vielleicht müssen wir da mit einem Unternehmen, einem Schlüsselkunden, einen Schlüsselpartner suchen. Das wäre eine Möglichkeit. Dann hohe Chance, tiefes Risiko. Wir könnten Produzenten betreiben, die TK in der Region. Das heisst, wir verkaufen das Fleisch nur noch in den Regionen beim einzelnen Produzenten, sprich beim Bauern. Oder die Ressourcen, die wir haben, sind eigene Schlachtbetriebe innerhalb der einzelnen Regionen zu eröffnen. Und was wir auch machen könnten, wäre zum Beispiel Latavolata, wo wir dann verschiedene Möglichkeiten auftischen, wo die Kunden da ihr Essen zusammenstellen könnten. Das sind nur so kleinere Ideen. Nun, wenn wir sehen, Verwaltungsratssitzung, Geschäftsleitung, was haben wir für Möglichkeiten in der machbaren Zukunft? Dann können wir jetzt einzelne Elemente nehmen und sagen, ja, das möchten wir konkret umsetzen. Das heisst, wir packen jetzt das mit der Entwicklung von Fleischersatz und hier gehen wir jetzt in die nächste Zukunft und sagen, jawohl, in der wünschbaren Zukunft, das möchten wir jetzt ganz konkret aufbauen. Sie sehen hier die wünschbare Zukunft, Neuaufbau nach Blue Ocean oder stark fördern und weiterentwickeln, dann halten oder allenfalls auch abbauen. Sie sehen, mit StratSign haben Sie auch in der Strategieentwicklung ein einfaches Instrument, mit dem Sie visualisiert Ihre wünschbare, sprich Ihre Strategie abbilden können. Sie können das einfach tun, indem Sie das so segmentieren, wie Sie das brauchen und sagen jetzt, okay, diese beiden Themen werden wir in den nächsten Jahren angehen. Daraus können Sie jetzt die planbare Zukunft erstellen mit einer guten Mission, wie Sie die einzelnen Projekte dann konkret umsetzen können. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen einen guten Einblick geben in die Zukunftsräume, wie das einfach dargestellt werden kann oder könnte. Sie können das pro strategisches Geschäftsfeld, strategische Geschäftseinheit tun. Das ist Ihnen überlassen. In einem weiteren Video möchte ich Ihnen gerne das Trendmanagement vorstellen, das heisst, wie wir das ganze Trendmanagement aufbauen und umsetzen, das ja eigentlich die Grundlage ist dann auch für die einzelnen Zukunftsräume.